Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass der Marktplatz voll ist mit Marktschreiern, dass es sehr laut hergeht und die am meisten Aufmerksamkeit bekommen, die am lautesten trommeln und am lautesten rumwirbeln, was aber nicht bedeutet im Umkehrschluss, dass es auch die beste Ware dort gibt. Und vielleicht bist du ein Mensch der stilleren Töne oder du sagst, ich bin nicht so ein Typ für die Bühne, für die Kamera, für, naja, ich zeige mich nicht so gern, ich bin nicht so gern im Mittelpunkt. Hey, ich lade dich ein, es rauszufinden, dass du das kannst, weil du hast was zu sagen und das, was du zu sagen hast, das gehört auch, gehört. Du darfst es sagen und wenn du magst, nimm der Henry und ich dich an die Hand und wir zeigen dir, wie man auch mit feinen Tönen und nicht ganz so laut tatsächlich die Bühne bekommt, die genau die Menschen anzieht, die du dir wünschst als Hunde. Dann probiere ich es dir, wie du Malt ist. Untertitelung des ZDF, 2020